Servus YD, wir sind in MW2 am Start mit dem Einsatzschild bewaffnet und den Splitter-Granaten und zwei tollen Flashbangs. So, wir haben heute Vorherrschaft und zwar kein einfaches, sondern ein besonderes und zwar dürfen wir nur mit dem Schild töten und mit der Splitter-Granate und zwar aber nur im Einnahmenradius der Flagge. Außerhalb dürfte nicht den Gegner töten und das Ganze nennt sich Einsatzschild gewusel. Wildes. Hat jemand noch Fragen von euch? Darf man von außen in diesen Bereich reinwerfen mit einer Granate? Naja, 5 Meter Entfernung, also allzu weit auch nicht. Also wenn du jetzt im Bay-A stehst, kannst du C werfen, zum Beispiel. Das geht. Okay. So, dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und ab geht doch nicht. Du kannst, wenn du in der Flagge bist, auch nach außen Granaten werfen. Und wie gesagt, außerhalb der Flagge beherrscht euch. Dort ist das Töten verboten. Und in der Flagge. Genau. Genau, okay. No, no. Gleichwohl. Alpha? Leute müsst ihr euch ein bissel verteilen? Wenn wir alle auf jemandem Flecke bleiben, dann ist euch ein bissel ein bisschen effektiv fast. Nein! Boah, ich seh überhaupt nicht... Gut, dass ich die Flashbangs reingemacht hab, ich hab einfach komplett weiß und dann schon. Leute, jetzt ist es hey, was ist da los, hey? Zu viele. Alter, mit den Flashbangs, ich glaub, müssen wir mal entern. Ich seh gar nichts. Scheiße, weil die mich rollen. WTF? Vorsicht. Hinter dir. Hinter dir. Hier, frisst das. Oh no. Blündere FTW in dem Moment. Ne, gib mal alle weg hier. Zack. Jawohl. Das sind viel zu viele Granaten, Alter. So, okay, dann hört man auf mit den Flashbangs. Hört man auf mit den Flashbangs, ich seh nämlich echt überhaupt nichts. Ja, seh ich aber nicht. Ich bin voll schlecht. Zieh, zieh. Noch ein. Yes. Hier, frisst das. Oh Gott. Wir haben eh verloren. Darf ich die Killstreaks einsetzen? Mach ruhig. Oh, sorry, 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 sorry. Alles? Okay, dann geht's gleich los. Nein. Warte mal. Wir dürfen hier überall auf einer Flagge rumhocken. Geht zu A. Und scroll place, äh, innerhalb von den Flaggen bitte, ne? Wäre so bescheid. Jawohl. Ähm. Zu C, zu C. Aua, aua, aua. Aua. Zack. Nein. Zack. Puh. Ich lach zu A. Ujo. Jetzt läuft's bei mir. Ich hab was Schönes, ich hab was Schönes. Angst. Ja komm, her zu mir. Kleines Tofttoft, wo bist du? Ich red nur hinten was mit der Granate, das kann doch nicht sein, oder? Ne. Ähm. Ich glaub was ich vorhin gesagt hab, das zählt nicht mehr, ok? Also was? Lock 심 gore, 살eta. Rolle lololololololol. Nehmen es, noch sagen sie, nicht. Lufください, nicht- Lukas, bleibt fest! Sekunden verbreche irre, Kampff. Sag. инformation. Komm. Ein. Zaak. War die Passinucke dabei? Nein. Du stehst gut. Wenst crook ist genug. idorah. Rawalala. nach Beginn nur knapp Oh ist das fies, oh ist das fies, oh ich hab mich gerade selber getötet Scheiben, zu B, zu B, zu B Du wurdest getötet, du wurdest getötet Wer hat Amatyrium drin? Zu B Boah, was geht hier ab? Also es tut mir echt leid, dass ich euch gerade so abschieße, aber ich hatte glaube ich noch nie so ein Helikopter zu schützen Das ist so cool, dass ich jetzt direkt in Vorräten so ein Ding ins Rücken Ah, Lukas, zu A Bei einer könnte es ja auch schlecht werden, ne? Der killt sich selber Ja, wir kriegen auch keine Kills mehr Eher schlecht So, wie, was bei B? Oh, ey, uuh Uuh, au Zack Au Was verlieren wir Charlie? Ne Ach, wir verlieren Charlie Au Charlie Den hat Anja letztens nicht verstanden Ja Aber was haben sie nicht für euch, gell? Autsch Ui Also das ist ja doch eine fiese Taktik, du wirst eh mal angeschubst, willst du? Und gehst dann außerhalb der Flagge Ey, nur an den Flaggen töten, hallo, was geht ab? Ja Zack Zack Hallo, Lutz Hör mal Ah Mobi Ah So, kommt her Hubskreis 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 Hubsreis 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 Biest ja wohl beendet sind in dem Ticket im Ticket im Ticket im Ticket im Ticket der Flasch ist gehen und auf der rauskommt aber ich bin gut lassen was braucht nur bei dieses Kommandos größer auch tot der Kommando halt ein sport los ich will noch ein 830 ich habe ein sport ich hab's ich hab's sagt jawohl wir gewinnen wir gewinnen applaus für unser team und auf 54 9 was los hey das war jetzt das wilde einsatz gewusel und wenn ihr noch mehr sein wollt davon schreibt es in die kommentare rein und ja in dem sinne hat's drin und bis nächstes mal